Grüezi miteinander, recht herzlich willkommen zum heutigen GOB-Mittwoch-Studio. Ja, heute haben wir wieder mal einen Gast bei uns, und zwar ist es einer von den GOB-Metzgermeistern. Herr Wick, weisst du jetzt das, man sagt, je frischer, umso besser auch die Qualität, gilt das auch für jedes Fleisch? Beim Schweinigen sicher, aber gerade beim Rindfleisch ist die Kunst vom Metzger die richtige Lagerung. Hier sehen wir jetzt ein Rind, das eingeteilt ist, ist verschiedene Stücke. Ist die Lagerung jetzt für jedes Stück auch genau gleich? Besonders gefoggt sind Stücke vom Hinterviertel. Die müssen speziell sorgfältig gelagert werden, damit es zum Beispiel ein saftiges Rindbrot oder ein zartes Steak gibt. Apropos zart, Herr Wick, kennen Sie vielleicht auch unseren Zuschauern dazu noch einen speziellen Tipp? Wichtig ist, dass Sie das Fleisch in heissem Fett gut anbraten, damit sich die Bohren sofort schliessen. Brotnige Fleischstücke sollten Sie nicht anstechen. Und wenn schon, nur Licht am Rand. Dann bleibt der wertvolle Saft im Fleisch hinein und es wird besonders zart. Dankeschön, Herr Wick. Sie sehen, beim GOB-Metzgermeister, da sind Sie gut beraten. Und bei GOB können Sie jeden Tag profitieren von Frischfleisch- und Chargüterie-Angeboten. Und jetzt kommen wir zu den Kurzinformationen über weitere GOB-Aktualitäten von dieser Woche. Etwas für die schlanke Linie tut, das fällt Ihnen leicht mit diesen Qualitätsangeboten von GOB. Die kalorienarme Sauce-Majorette von Chirat und die sofort lösliche klare Sauce von Knorr. Besonders kalorienarmige Tränke wie das zitronenfrische Sprite Light oder das wertvolle Rivella Blau. Frische und schmackhafte Fitmacher sind der beliebte Hirtshüttenkäse, der feine Diätquark und der ausgewogene Milchtrink. Und hier noch eine Mitteilung für alle Pflanzenfreunde. Bei GOB gibt es jetzt Dorf in der preisgünstigen Grosspackung an 200 Liter mit viel neuen Konsumenteninformationen. Licht und beschwingt ist auch unser nächster Beitrag. Wir präsentieren Ihnen das exklusive Frühlingsangebot, das in den GOB-Fahrerhäusern erhältlich ist. Ihr GOB-Fahrerhaus zeigt Ihnen luftig-lechte Frühlingsmoden, wie das besonders feminine Kleid mit dem jugendlichen Stechagel. Der plissierte Schüppteil und das leichte Jäckchen geben dem attraktiven Modell eine romantisch verspielte Note. Ein originelles Frühlingsmodell ist das hier im Schmisslook mit dem aparte Dessin. Alle die Frühlingsmodelle sind ganz gefüttert und exklusiv erhältlich in Ihrem GOB-Fahrerhaus. Und jetzt gehen wir rüber, wie jede Mittwoch, in die Studioküche zum GOB-Rezept der Woche. Grüezi miteinander. Wirklich reichhaltig ist jetzt das Öpfelangebot bei GOB. Das hier ist ein spezieller Dessertgenuss. Öpfel mit Quarkcreme. Diese Zutaten brauchen wir für vier Personen. Vier mittlere Golden Delicious Öpfel, ein Päckchen GOB-Speissquark, ein Dezilliter Milch, ein Dezilliter Zitronensirup, fünf Esslöffel Zucker. Und jetzt kann es losgehen. Die halbierten Golden Delicious Öpfel, die wir geschält und das Kerngehäuse entfernt haben, geben wir in kochenden Zitronensirup. Mit zwei Dezilliter Wasser verdünnt und gesüsst mit drei Esslöffel Zucker. Die während 15 Minuten garkochten Öpfelhälften werden in vier Portionen angerichtet. Für die Creme geben wir die Milch, zwei Esslöffel Zucker und den Quark in den Zitronensirup, den wir auf ungefähr 1,5 Dezilliter reduziert haben und den gut mischen. Jetzt wird die feine Quark-Creme auf die Öpfelhälfte verteilt, eine halbe Stunde in die Kühle gestellt und dann serviert. Das Rezept für den lustigen Öpfeldessert finden Sie diese Woche in der Coop-Zeitung. Ich wünsche einen guten. So, wir danken für das Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander. Bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei Becher an 250 g Planten-Margarine statt 3,70 g für nur 3,20 g. Zwei Becher an 250 g Planten-Galorie statt 3,40 g für nur 2,90 g. Jeder Becher an 180 g Coop-Joghurt jetzt 10 Rappen günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag eine Linzer-Torte an 400 g statt 3,30 g für nur 2,70 g. Naturreine Fruchtsäfte Happy Day zweimal ein Liter Orangensaft statt 2,60 g für nur 2 Franken und zweimal ein Liter Krebsfrau-Saft statt 3 Franken für nur 2,40 g. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020